da bist du hallo ebeams und damit herzlich willkommen zu einer kleinen folge hide and seek auf dem hive server los geht's guck mal wir sind drin ja okay was haben wir hier do not glitch out of the map na gut don't absorb glitches don't hack with back others be nice and chat okay jetzt muss ich mir einen block aussuchen ja ich bin ein bücheriger wo kann man das aussuchen auf den compost ah oh wei ist es geschluggeil in der crafting bank zu nehmen das heißt man kann dann kompletten bullshit nehmen ja ich was mache ich denn mit meinem bücherregal ich glaube ich habe mich gut getarnt auch hier sind bücher und man sieht hier gar nicht ach manu nächste mal muss ich mir einen platz aussuchen wo man irgendetwas sieht lol man kann so geräusche machen aber die verraten einen oder ja das ist so wie in ttp ja ok danke ich habe ein geräusch gemacht bin deshalb gestorben das war nicht so schlau manu das nächste mal weiß ich bescheid ach und wenn jemand gestorben ist dann liegen da deren blöcke rum ok kann man hier die leute irgendwie finden für die leute ich bin da hoffen was für die leute mann oh, da geht es euch auf jeden chaval bis heute dir das gibt es noch ein hoff bieten zu Also ich habe den Herzschlag von dem Sucher gehört Da ist ein Block, der rennt Töte den Block Ich habe hier einfach drei Leute gefunden Zwei habe ich getötet Ich weiß wo der Beacon ist Der ist hinten unten Wie ewig man zum respawnen braucht Dass hinten unten auch so eine Gnaue Position ist Ja, ist es Definitiv Definitiv So, habe ihn Haben wir gewonnen? Äh, ne Noch zwei Ich habe drei Kills, ist das gut? Ich habe auch einen Also ja Also ja Nett, wa? Ja Es ist noch ein Ofen und ein... ne, es ist nur noch ein Flower Pot Nur noch ein Flower Pot? Ja, das ist hier unten in der Taskleiste angezeigt Hier liegen überall Sachen rum Flower Pot Wo könnte diese Flower Pot sein? Ich kenne Florastraßen Wow So, was ich alles kenne Vor allem bei mir ist es lustig, bei mir haben die Blumentöpfe keinen Inhalt Also ich muss sie erst anschlagen, damit sie Inhalt haben Oh Blumentöpfe mit Inhalt könnte es ja eigentlich nicht sein, oder? Weiß ich nicht Okay Ich dachte, du hättest Ahnung Zumindest etwas mehr als ich Wenn wir runterspringen, bekommt man Feuchern Nein, mein Kind Du bist der Hm? Was? Ich habe nur Bullshit gelabert Also ich sagte, du bist der Der Oh, ich habe die Melone gefunden 30 Sekunden genug Äh? Flower Pot Flower Pot Flower Pot Flower Pot Also ich glaube Flower Pot, oder? Flower Pot Flower Pot Also, wo war der? Ist noch nicht vorbei Wo ist? Wo war er? Gehen um vor Erfährt mal, wo er war? Nö Schade Okay Nächster Runde Vor allem die haben Ähm Äh Tina Ich bin raus Warum bist du raus? Moment Sind wir? Existu Hub Slash Hub Irgendwie waren wir in verschiedenen Runden Guck mal Sind wir jetzt beide in der gleichen Runde drin? Ja Hier Glück gehabt Okay, ich drücke jetzt keine Sachen mehr in meinem Inventar Nö Ne Ne, was ich sagen wollte Die haben das hier glaube ich ein bisschen bearbeitet Hier lagen früher keine Messer drinne Ich glaube ich habe den Parkour nie geschafft Warum? Zeit zu knapp, oder? Das auch That way Wo bist denn du hin? Bist du stehen geblieben? Ja, ich habe eine Nachricht von meiner Schwester gefunden Ah Weil ich sie gefragt habe, was ich noch alles einpacken soll So Hier oben lang Ich habe zwar keine Ahnung, ob der Weg hier richtig ist Aber ich laufe einem nach Das ist der Block Was werde ich denn diesmal? Snow Black Was? Ach du Schande Ah Ich habe nichts gesehen, weil einer in mir war Nein Ich bin rausgefallen Wo soll sich denn hier der Schnee verstecken? Also ich bin ein Oak Ja, ich auch Wo soll sich denn hier das Oak verstecken? Nein Ich komme da nicht rein Gibt es irgendwie Löcher am Boden? Oder kann man sich hier irgendwo ran bauen? Guckt man hier rein? Nee Oh, hier gibt es Schnee Ich habe ja einfach irgendwie gar keine Möglichkeit Das ist doch irgendwie dezent schwierig Mann, kann hier bitte noch ein Oak hinkommen Und sich auf die andere Seite platzen Sacken, wo du bist? Ich sehe hier so einen roten Teppich Und ein paar Räume Und Bücherregale Das sehe ich auch alles Ich habe mich einfach in einer Wand versteckt Weil ich mir dachte Ja, vielleicht habe ich eine geringe Überlebenschance Mal sehen Mal sehen Man muss 15 Sekunden warten Damit man den nächsten Läufst du gerade rum? Bist du? Läufst du gerade rum? Ja Äh Stopp zurück Ich steh Genau Jetzt Genau Weiter geradeaus Ich bin hier hinter dieser Bank Hier Moment Hier Hast du mich gesehen? Ja Hi Können wir uns ineinander setzen? Ja Nein, kann ich nicht Man kann nur so hier Äh, ja Gut, dass du nicht aufgefallen bist Komm mal mit Wohin? Komm mal mit Lauf! Wohin? Komm mit, folgt mir jetzt Oh Gott, da ist jemand Hier? Nein, warte Versteck dich einfach mal Neben der Pflanze da In der Lücke Kannst du den Namen noch sehen? Ist da jemand? Äh, ja Hier kommt gerade Nee, der läuft Warte mal Warte mal Bis welche safe sind Dann lass uns kurz weitergehen Ja, der kann sich irgendwie nicht ganz so entscheiden Wo er langläuft Jetzt könnte er an uns vorbeilaufen Ja Ja Oh, noch einer Oh Das war's Okay, weiter, komm Hier rein Komm schon, wertfest Oh, Glück gehabt Nein Schlag ihn doch einfach Ich hab mein Schwert nicht ausgesucht Ah, ich bin froh Können die Leute das Schwert sehen? Welchen? Darum hab ich immer kein Schwert Ich glaub nicht Gibt's tot? Nee, ich steh hier noch Mann Ja Ah, ich bin auch tot Okay, ich warte vorm Vom 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 Hallo Hallo Dann lass uns mal die Dudes finden Okay Wo gehen wir, ne? Wo? Keine Ahnung Ähm Das ist noch Quarz und Schnee Drei Quarz und Schnee Na dann Ähm Der Schnee könnte sich halt echt überall verstecken Genauso wie der Quarz Und ich hab dich schon verloren Da ist dich auch Ah, da bist du Ach das Ja, das ist Hm Nee Nee, 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 nee Heißt, hier kann man sich halt gut hinstellen, ne? So? Ja Das ist irgendwie Hm Wo sind Leute? Ich guck jetzt die ganze Zeit hinter so Dinge, wo man sich hinterstellt Ich schlag einfach alle Blöcke an, die ich sehe Ja, ich hab'n Schild Ein Schild? Ja, ich hab'n Schild bekommen Die ist nicht nacht, ne? Äh, doch, ich hab'n Schild Du hast mal rechte Maustür Ah, ja Zum Blocken von Angriffen Hier ist auch niemand drin Moment Hier 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 Nein Ein letzter Ich find's schade, dass man nicht erfährt, wo der letzte so ungefähr ist Ich mein, Schnee könnte jetzt halt überall sein Das war's auch schon wieder mit der Folge Wenn ihr vernünftige Gesprächsthemen habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da Und haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao